ja Hallo meine lieben Freunde herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play! Und es geht weiter bei Penumbra Black Plague. Ja, wir sind jetzt hier nun drin. Wir hatten... Ich habe es das letzte Mal irgendwie geschafft, den Code herauszubekommen. Für diese Tür da hinten. Gut, WC. Ein einfaches Waschbecken. Ein WC. Wow. Ist was drin? Nope. Hier ist was drin. Um ehrlich zu sein, schaut euch mal diese Taschenlampe hier an, die ist hier viel besser. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Zeit... Wann ich das letzte Mal Zeit hatte, mich vor einem Fernseher zu entspannen. Na wobei, machen wir erstmal das Licht hier an. Na komm, wir haben ja genügend Batterien. Oh, so viele Sofas hier. Auf der Anzeige steht nichtmenschliche Probe. Bitte neue Probe. Einfach nur eine Neuerspezifel. Erneuert. Ja, genau. Geht's hier durch? Ich habe das für alle Fälle notiert. Okay, da geht's definitiv nicht durch. Oh, guck mal, Röntgenbilder. Ich bin kein Experte, aber auf der Wirbelsäule einer Röntgenaufnahme sind einige mehr... 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 mehrwürdige Punkte. Das heißt auch, merkwürdige Punkte. Der Wirbelsäule. Ah, guck mal, Leute. Da. Da ist irgendwas. So eine Klammer oder was das sein soll. Ne? Oh, schon wieder so viel zu lesen, Mann. Das muss ich mir dann alles nach der Folge durchlesen, ohne Witz. Was? Einen Moment. Äh, Problem gelöst. Geht trotzdem nicht auf. Oh, Schmerzmittel. Sollen wir da? Eine Flasche Vizcai Sonnenus. Vizcai Sonnenus. Was soll das sein? Hä? Irgendeine Chemikalie. Jop, jop, jop. Steht da was in den Notizen davon? Hä? Was soll das bitte sein? Geschichte des Archaikums. Au. Grönlandanlage. Nein. Ach, scheiß drauf, Leute. Ach, nur ein PC. Eingehender Videochat. Ja, nein. Du bist so schwer als ich dann damals, dass du. Da vielleicht bist du höheren. Aber das ist nur noch an eine größere Resolve. Oh, das stimmt. Not zu selbst. Neber insultt. Ihr last hope of survival. Ich wollte nur eine Frage dazu sagen. Aufgrund. We don't know how they work. Or even what they do, I suppose. We, well, I saw someone get too close to one once. You probably don't want to know. I'm sure you'll be fine. Probably. I hope. By the way, if you happen to find yourself in my neck of the woods, I'm kind of trapped. It's no big deal, really. Just throwing it out there. Oh no! Oh, that's hardly true. They're really completely harmless. Come on, it's just like wrapping yourself up in a warm blanket. Patient Report. Chemical Tests. Ah, hier. Chemikalie Viscae Somnus. Ergebnis nach den Injektionen verlangsamt sich der Herzschlag des Versuchstiers derart, dass es allen Gesichtspunkten nach tot erscheint. In Wirklichkeit hat sich der Herzschlag auf eine unglaubliche Sicherheitsstufe gesenkt. Das Versuchstier erholt sich schon bald danach. Das sollten wir uns auf jeden Fall notieren. Hey! Hey! Meine Lampe! Die ist kaputt. Äh, 50. 100. Ja, ich würde sagen, die benutzen wir jetzt erstmal nicht. Die Taschenlampe. Alles klar. Das ist... Sieh, hier. A ist für Alliteration. B ist für Bohemian. C ist für Carcine... 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 So many long words taking up space in my new home. Schlecht. Let me do a little spring cleaning. There. You didn't need the periodic table, did you? Verschlabert der? Oui! Ja, toll. Was, äh... Ich hab da jetzt grad was gefunden. Notfallhandgelenksband. Ein Handgelenksband mit einem kleinen Kästchen darauf. Für was das wohl gut ist. Steht das auch da? Nee. Schimpansel. Aha. Also quasi auch ein... Ein ähnlicher wie wir, ne? Das muss ich jetzt machen hier. Warte mal. Herzschlag. Das kann man nicht einfach so drängen. Man muss es auf andere Weise in die Blutbahn bekommen. Ah, vielleicht mit der Hand. Der Handzeige steht, Patient schwer krank, bitte medizinisch Personal kontaktieren. Ähm... Vielleicht. Wofür brauch ich das? Huch! Das Handgelenksband ist aktiviert. Habe ich mir das jetzt... Den Umständen entsprechend bin ich sehr fit. Jetzt? Oh, fuck man. Scheiße, Mann. Was ist jetzt? Kacke, und er lässt uns nicht durch. Nein, nein, nein. Wir dürfen nicht sterben. Alles umsonst, oder? Was ist jetzt auf einmal los? Oh Gott. Du bist aufgewacht? Die Tür ist offen. Puh, einen Moment lang dachte ich tatsächlich, dass ich das... Mhm, ich auch. Sehr schön. Ah, sehr schöne Batterien. Die kann ich immer brauchen. Nichts. Ähm... Ein Tieftemperaturkulschrank. Steht auf... Minus 20 Grad Celsius. 200 Grad Celsius, das ist selbst für diesen Ort ziemlich kalt. Ich frage mich, ob dort wohl etwas drin ist. Vielleicht lebe ich aber besser mit dieser Wissenslücke. Eine kleine Kühlkammer. Hebel? Steht immer dasselbe drin. Was um Himmels Willen haben sie hier getan? Das ist ein Menschenkopf, ne? Guck mal. Kopf. Ich hab den aufgenommen. Hm. Alter. Wie krank. Was ist es jetzt für hier, oder? Ich safe, ich safe. Ich... Boah. Ich safe nochmal schnell. So. Gut, dann würde ich sagen, raus hier. Und dann versuchen wir mal in die Bibliothek mit diesem Köpfchen hier zu kommen. Wir haben ja auch Köpfchen. Hoho. Jetzt bin ich gerade einmal im Kreis gelaufen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Was ist hier... Jetzt los. Ist doch gar nichts. Hallo. Ja. Ja. Äh, ja. Wo ist... Wo zur Hölle kommt diese Wand auf einmal her? Hä? Was? Hä? Okay, Clarice. You silly Billy, it was here all along. Would you like Uncle Clarence to take the steering wheel for a while? Nein, mag ich nicht. You should see your face. Ja, ja. This is actually gonna be fun. Perhaps I won't get you killed after all. Boah, so ein Wichser. Das Problem mit dem Dösen, jetzt muss ich nur noch etwas für den... Ah, sehr schön. Jetzt geht's wieder durch. Boah, alter Clarence. Unterwegs hatte ich etwas Gepäck mitgenommen, aber ich näherte mich endlich meinem Ziel. Ich war mir sicher, dass die Antworten hinter dieser Tür liegen würden. Antworten, denen ich schon 2000 nachgehen hätten sollen. Als ich den Brief meines Vaters erhielt, als ich den Brief meines Vaters erhielt, ja. Warum habe ich ein ganzes Jahr gewartet, hierher zu kommen? Okay. Ah, sind jetzt in dieser Bibliotheke der Shelter. Residential Area 4. Eine Uhr, eine große Uhr. Aha. Nur ein Tietz mit seltsam geküsst, kann ich nicht enden. Hey, I can read this. Guess your old buddy Clarence comes through for you again, eh, Monkey. Do you wanna know what it says? Ja. Do you? Do you? I'll bet you do. Ja, okay. Möchte ich. Hat es mir jetzt vorgelesen oder nicht? Safe. You don't take the hint, do you? Why don't you set that investigative brain of yours to on for a change? How about a good read? How about a good read? Uh. Hä? Was denn? Oh, das können wir bewegen. Warte mal. Moment. Gibt's jetzt hier so ein Bücherrätsel wie ein Amnesia? Ihr wisst, ich kenne Amnesia schon bereits. Jawohl. Oh, Mann. Wer ist? Oh, mein Gott. Er ist tot. Quick. Wenn er nicht zu spüren hat, gib ihm den Kuss ein Leben. Howard Vater, irgendwie wusste ich, dass es so enden würde. Warum bin ich hierher gekommen? Nein, das ist unser Vater. Okay, er hat gesagt, noch schnell den letzten Kuss. Hallo? Ja. So. Fertig. Nein. So macht man keine Küsse, Leute. Was? Kommuniziert? Das ist ja krass. Der hat mit ihm kommuniziert. Halt deinen Maul. Der Wichser nervt mich so langsam, ey. Puh. Gut. Na super. Unser Vater ist tot. Das ist keine gute Nachricht. Äh, da geht's durch, ne? Warte, nochmal schnell up-safe. Ach, der hat gar nicht nie, sondern der hat niemals gesagt. Aha, das ist ein Unterschied. Guck mal, wir können da nicht mehr. Wir können nicht mehr den Backlern hören. Ja, wissen wir bereits. So, was uns hinter dieser Tür erwartet, Das seht ihr in der nächsten Folge von Penumbra Black Black. Ciao.